Hallo liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen München. Heute live LFN für Sie am Friedensengel. Warum haben wir uns heute hier zusammengefunden? Ganz einfach. Alle reden immer noch über ein Thema. Ein Thema beherrscht zurzeit unsere Lebensgewohnheiten. Welches Thema? Corona. Corona vorne, Corona hinten, Corona rechts, Corona links. Sämtliche Einschränkungen unseres Lebens kommen von Corona, oder? Nein, sie kommt von der Politik. Aber heute wollen wir etwas anderes rüberbringen. Wir wollen Ihnen eine Alternative für Ihre Vorsorge für Corona bringen. Vor einiger Zeit gab es in Kanada eine Firma, die hat ein Nasenspray erfunden. Dieses Nasenspray hat es geschafft, innerhalb von 24 Stunden den Corona-Anteil, also die Infektion, von ca. 75%, 85% zu lösen. Nach 48 Stunden waren es bereits 99%. Das heißt also, dieses Nasenspray, das in Kanada entwickelt wurde, soll ein großer Erfolg sein. Der Nachteil von diesem Nasenspray oder der Nachteil, so wie er in Europa rübergebracht wird, ist die Zusammensetzung. Die Zusammensetzung dieses Nasensprays enthält Mittel, die in Europa nicht unbedingt von den Wissenschaftlern befürwortet werden, da man hier vermutet, bei längerer Einnahme doch gewisse Schädigungen eventuell zu bekommen oder bestimmte Nachteile, die sich daraus ergeben können. Dieses Nasenspray ist mittlerweile in Israel als Medikament zugelassen. Hier in Deutschland wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich. Wir haben jetzt folgendes. Dieses Nasenspray stoppt SARS-CoV-T. Ja oder Nein? Bonner Forscher setzen auf Unterbindung des Spike-Proteins. Wir wollen jetzt gar nicht darüber referieren, worum es bei dem Spike-Protein geht. Aber Spike-Protein ist der Verbinder, das Verbindungsglied zwischen dem Virus und den Schleimhäuten in unserem menschlichen Rachen. Das heißt, die Übertragung des Virus geschieht über Nase und Mund. Und um dieses im Prinzip zu verhindern, müssen die Spike-Proteine im Prinzip so behandelt werden, dass sich dort Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Das heißt, die Fresszellen aktiviert werden und das schädliche Virus, also diese Phagen, dann fressen. Deutsche Forscher haben in Bonn bereits daran gearbeitet, aber leider nur mit Pseudoviren. Wir selbst haben jetzt jemanden in Deutschland ausfindig gemacht, einen Arzt, der bereits seit über einem Jahr mit einem Mittel arbeitet. Dieses Mittel ist als Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland zugelassen. Als Medikament hätte es wahrscheinlich keine Chance, weil dort der Gegenpart bestimmter Organisationen oder Firmen einfach zu groß sein würde. Dieses Mittel agiert auf folgender Basis. Ich will Ihnen das ganz kurz mal erklären. Das heißt, andocken, Viren greifen durch Spikes, und da haben wir wieder unsere Geschichte, wie die auch die Ärzte oder Virologen in Bonn bereits forschen, an die Schleimhautzellen im Nasen- und Drachenraum an. Dieses Covid hemmt bzw. schädigt das Hemaglutin an einem Virus, z.B. Coronavirus, sodass es nicht mehr an die Schleimhautzellen andocken kann. Ganz wichtig, es geht hier nicht nur um den Coronavirus, es geht um jeden Virus. Also dieses Mittel kann jeden Virus beim Andocken, im Prinzip diese Andockvorgänge verhindern. Ganz wichtig. Zweitens, Freilegen der genetischen Informationen, RNA. An den Schleimhautzellen wird die genetische Information des Virus durch die Zerstörung freigelegt und von Makrophagen, Makrophagen sind Fresszellen, Abwehrzellen, aufgenommen. Drittens, Antikörperbildung nachweisbar. Unsere Untersuchungen zeigen, dass es nach Einnahme des Nasenspray-Govid und Kontakt mit einem Virus zur Antikörperbildung kommt. Patienten, die Kontakt mit dem Coronavirus, Covid-19 hatten und Go-Vid anwendeten, bemerkten keine Krankheitssysteme, bildeten jedoch Antikörper gegen das Coronavirus aus. Ganz wichtig, Antikörper werden gebildet. Viertens, bisherige Untersuchungen. Die Befunde zeigen also, dass mit Covid auch eine Antikörperbildung stattfinden kann, ohne dass es zu einer schweren Erkrankung kommen muss. Es muss darauf hingewiesen werden, dass wir bei den bisher behandelten Personen zwar keine schwere Erkrankung feststellen konnten, eine solche aber nicht ausgeschlossen werden kann. Weitere Untersuchungen bei Erkrankten. Weitere Untersuchungen zeigen, dass es unter Anwendung von Covid bei bereits erkrankten Personen zu raschen Rückbildungen von Fieber-Nervenfunktionsstörungen, zum Beispiel wie Sprach-, Geschmacks- und Geruchsstörungen, kam. Das heißt, innerhalb kurzer Zeit nach Einnahme von Covid wurden diese Symptome komplett zurückgebildet. Ich selbst als eine Person, die im Prinzip vorbelastet ist, nehme seit Dezember letzten Jahres Covid. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es hervorragend dabei. Ich habe keine Symptome, ich habe weder Anlagen in Richtung einer Grippe oder einer Erkrankung in Richtung Covid. Einfach Covid. Ganz einfach. Und wie gesagt, ich kann es empfehlen. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und jeder, der im Prinzip etwas für seine Vorsorge tun will, für mich ganz wichtig, ich nehme es weiterhin. Vielen Dank. So, noch einen ganz wichtigen Nachsatz für alle Besucher auf meinem Kanal. Es ist folgendes. Dieses Interview mit dem Arzt, das ich im Dezember 2020 aufgenommen habe, kann ich leider auf YouTube nicht zeigen. Dieses Interview wird bei Bitshoot hochgeladen und wird dort für Sie sichtbar sein. Sie werden einen Link dazu bekommen unter dem Text und dort können Sie sich dann dieses Interview angucken. Denn auf YouTube würde es wahrscheinlich nur wenige Stunden dauern und dieses wäre gelöscht. Warum? Machen Sie sich selber darüber Gedanken. Warum wurde dieses Spray nur als, ja im Prinzip als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen und hat ja keine Chance in Deutschland als Medikament auf den Markt zu kommen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank.